Dieser Block hier soll die gesamte Minecraft-Welt zerstören können. Bin gespannt, ob dieses Villager-Dorf überlebt. Und ich bin ja auch gespannt, ob du überlebst, mein Freund. Okay, es ist angezündet. Schnell hier in unserem Atomschutz-Brunker vergraben. Oh mein Gott, wird die Welt noch stehen? Wird sie noch stehen? Da ist was explodiert. Wir kommen nicht raus. Okay, ich konnte jetzt in den Game-Mode gehen. Was? Die gesamte Welt ist weg. Es hat funktioniert. Wir haben die gesamte Welt gesprengt. Und an eurer Stelle würde ich jetzt den Kanal hier abonnieren, um nichts mehr zu verpassen.